Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, meine Freunde. Wir sind gerade mitten in der Schlacht gegen Grüzschergen. Und ich werde jetzt mal wieder mit eingreifen, weil unsere Jungs haben ein bisschen... Wow, nicht schon wieder so einen Typ. Jetzt geht es erstmal aufs Pressbrett hier, Freund der Sonne. Aua. Okay. Ich will erst den. So, jetzt darfst du. Immer der Reihe nach, immer schön anstellen. Du, lass das Ding mal liegen. Oh. Schon wieder einer mit so einem Hämmerchen hier. Pass schon mal auf damit. Probier's. Komm. Hast noch eine Chance. Das war deine Chance. Feierabend. So, da kommt noch einer. Oh. Da ist's ja nicht, was. Hau ab. Ja. Ja. Da wird Feuer geschmissen. Ja, Feuer. So. Den da werden wir erstmal wiederbeleben. Los, Leute. Los, Leute. Schnell raus. Und gleich, sobald's aufgehört hat, angreifen. Warte. Egal. Los. Attacke. Er ist offen. Schnell weg da, da wird's wieder heiß. Okay. Okay. Mir scheint... ...alles sauber zu sein. Unser Schlagplan geht auf. Oh. Der brennt da hinten. Ja. Oh. Du bist gleich angekuckelt, Junge. Ah. Jetzt kommt der schon wieder an. Nee, 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 nee. Sagen wir das brennen, mach ich da gar nichts. Da. Was ist denn mit dir los, mein Freund? Oh, hier brennt's gleich schon wieder. So. Junge. Au, au, au. Da hab ich gar nicht draufgeachtet. Ui, au, au, au. Hoppala. Oh, oh. Ja, alles klar. No problem. Ja, komm her. Da hast du dein Blut. Autsch. Wie wollte ich sagen, das ist der Oswald hier. Nein, ist er nicht. Oh, hier brennt's. Ja, los. Da haben wir das Essen ein hier. Da brennt's schon wieder. Nee, stell, 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 raus da. Steht der Typ wieder? Ja, tut er. Nee, nee, noch nicht. Erst wird's aufgehört, da zu brennen. Moment. Nein, wir brennen schon wieder. Ja, sehr schön. Oh, nein. Oh, wie ich es hasse, zu brennen. Ah. So. So. Erst mal raus, da kommt, Leute. Raus da, raus da, raus da. Schnell loslassen das Ding, bevor ich auch wieder anfange zu brennen. Okay. Und los. Und wieder zurück, 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 Leute, zurück. So. Und gleich geht's wieder vor. Aufpassen. Aufpassen. Oh, 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 oh. Boah. Noch ein bisschen. Einmal noch. Ist doch nicht wahr. Ganz schön hartnäckiges Tor, hä? Da. Das müsste jetzt das letzte Tor gewesen sein. Wow. Crass. Ja. Noch. Was für das denn? Oh, der lebt auch. Halt durch. Das dauert nicht lang. Sorgt euch nicht um mich. Du musst. Schweig du nah. So weit ist es also gekommen, Wolfsmal. Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn. Oh. Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir. Kein Problem, Freund der Sonne. Kein Problem. Wo bleibt ihr denn alle? Autsch. Autsch. So, jetzt du noch. Oh nein. Schön, dass du so ein Riese. Aua. Aua. Da kam ein Hammer geflogen. Den habe ich erst viel zu spät gesehen. Geht. Oh. Ich. Jo. Hin und wieder mal. Ui. Ui. Wieder da mal. Oh. So. Einmal Kasper-Klatsche. Erledigt. Und. Wo ist denn der Typ mit dem Hammer hin? Haben sie den auch schon kalt gemacht gerade? Erledigt. Aua. Aua. Okay. Einmal den. Autsch. Ich habe keine Energie mehr. Oh. Uppalas. Jetzt kommt der wieder mit nur zwei Hämmerchen. Autsch. Ah, ich kann den gerade nicht stampfen. Verflucht. Egal, der gibt es so aufs Maul. Schlaf gut. Aber wir schießen hier die ganze Zeit. Moment, ich helfe mal kurz. Der ist schon tot. Boah, das Ding gerade wehgetan, Freundchen. So. Jetzt der da. Okay. Ich glaube, das endet hier nicht. Ich kann hier noch fünf Stunden kämpfen. Ja, guck. Da kommen schon wieder welche. Au. Okay. Aua, aua, aua. Aua, aua. So. Ich muss mal gucken. Gibt es hier irgendwo. Ui. Ja, dann gibt es trotzdem noch aufs Maul. Komm. So. Nein. Ist das hier Futter? Ach, Probiant ist voll. Okay, ja. Dann werde ich da mal hoch. Und werde den Kram mal beenden. Wow. Huchtel. Oh. Wahoo. Okay, das ist unfair. Das ist richtig unfair hier. Huchtel. Oh. Wuhu. Oh. 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 Der macht aber auch der Rurk. Oh. So, erstmal die Wolf beiseite. Ähm, wo haust du hin? Okay, ich bin gerade im Arsch. Du hörst mal auf damit. Aua! Oh, Mann! Aua! Wir sind besser als an jeder von denen. Schau mich nicht in die Jauch hin, der du dich suhlst. Trotz allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helheim auf dich wachen. Oh, jetzt... Nicht schon wieder Feuer. Nicht schon wieder Feuer. Oh, wie ich Feuer hasse. Aia! Okay. Aua! Okay, meine Energie ist... ...komplett weg. Was ist mit dem? Was hat der? Was haben die? Ach, die haben nix. Wow! Du verfluchter Spacken. Ach, nee. Die ist schon wieder Feuer. Feuer ist kacke. Okay, ich warte jetzt, bis der sein Feuer da aufverbraucht hat. Dann geht das Feuer aus. Das Feuer ist scheiße. So, jetzt ist das Feuer aus. Er ist wieder ganz gesund. Oh! Okay, das ist mies. Das ist echt mies. Wieso kämpft ein Däne mit Klauen und Zähnen für einen Sachsen? Und ausgerechnet für diesen? Er verfügt im Übermaß über Dinge, die du nicht hast. Er kann herrschen und führen. Du bist nix als ein Mordlust einer Plünderin. Ich hab's geschafft, nicht zu verrecken. Ich möchte gerne eine Medaille von euch, Leute. Oh, ich hab grad mal geguckt, ob ich auch Aufnahme gedrückt habe. Das wär echt mies jetzt. Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor! Nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Ah. Hm. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Hm. Du bist der Chef, aber... Wie ein zänkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen, würde ihn beschämen. Est Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Ich muss niemanden töten, um meine Ehre zu bewahren. Der rechtmäßige König von Est Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Und sogar Ragnar hat nicht jeden umgebracht. Angriff abgeschlossen. Kastellburg. Ich sollte mit Oswald sprechen, sehen, wie es umgeht. Naja. Oh, guck mal, da war, war. Das hat mir am meisten leidgetan, dass ich den umbringen musste. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freud? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwig geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Nach dem, was du getan hast. Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals. Oswald, halt ein. Du hast gekämpft. Mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Genau. Gewinn ist ein schöner Nebeneffekt. Wir haben viel vorzubereiten. Egal, wie oft du niedergehst, wichtig ist, wann du... Meine Braut und dein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Wichtig ist, wie oft du wieder aufstehst. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Jetzt kümmere ich mich um die Verwundeten. Ja, sehr wichtig. Für uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ich sollte zurück nach Elmen haben. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Na ja, er muss aber auch erstmal dahin zurück. Wird zwar nichts angezeigt, aber man weiß ja nie. Seht da? Äh, nein. Hier springe ich nicht runter. Wir gehen hier ganz normal runter. Bin zivilisierter. Ja. Schauen wir hier noch ein bisschen rum. Hier auch hoch? Schauen wir es probieren. Geh nicht ganz hoch. Ah, doch. Ja. Und hat sich nicht gelohnt. Na toll. Und tschüss. Was haben wir hier Schönes? Kommen wir hier... Nein. Darum komme ich doch gerade. Wo will ich denn hin? Eivor, lass los. Mein Gott. Ihr klammert. Köcher ist voll. Was machst du denn? Eivor, die Knalltüte hier. Hier ist nix. Warum denn auch nicht? Da hinten ist was. Moment, wo war das gerade? Da. Da ist ein Schatz. Und runter. Na, mein Freund? Nee. Runzt da hier einfach rum. Probierend ist voll. Okay. Muss ich hier rum? Ähm, nö. Also hier wieder hoch. Du hüllten hier rum. Was ist das denn? Hahaha. Hahaha. Kommen hier. Oh ja, das macht Spaß. Sabotieren? Na toll. Schärfen. Aha. Wer flinnt denn hier rum? Leute, wir haben noch gewonnen. Was los mit euch? Hä? Fünf. Hä? Vier. Was? Hier unten drinnen. Okay, aber... Wie komme ich da rein? Äh. Erzähl mal. Wie kommt man da unten rein? Was knurrst du mich so an? Da will ich rein. Aber wie? Hm. Ah ja. Natürlich. Ach so. Da ist ein Ding kaputt. Den da. So. Okay, das müsste reichen. Ja, reicht auch. Lass los. Boah. Schöner, großer Schatz. Kuppernickelbarren. Toller Schatz. Wetten, da ist mehr drinnen? Naja. Hallo? Hinten? Naja. Die gerade wäre gegrunzt. Hier pennt jemand? Na, noch mal gemacht. Gut. Das sind alles unsere Leute. Ich lass den mal schauen. So. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier noch etwas Größeres. Nö. Alles eingesammelt. So, jetzt plündern wir die Leute hier noch mal. Nein. Das, das jage ich in die Luft. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Hehehe. Den auch. Oh, okay. Der ging von der Lene. Habt ihr gesehen? Der hat so viel Angst vor mir gehabt. Ich habe nur das Ding gezückt und schon war vorbei. Lass mir bloß nicht ein. Ich sorg dafür, dass hier keiner einschläft. Ich mache schönen Alarm. Oh, Entschuldigung. Ihr habt hier gechillt, oder? Macht nix. Da ist was. Hoppa. So, okay. Das war aber hoch. Sei auf der Hut. Sind wir. Wo ist eigentlich Duck? Der Blödhammel. Der Blödhammel. Hier gibt es nix mehr. Was machst du? Der Sieg wurde teuer bezahlt. Doch es ist vollbracht. Von Rüds Clan bleibt nur die Asche. Ja, so ist richtig. Wer flennt denn hier noch rum? Meine Güte, Leute. Wir haben gewonnen. Chillt euer Leben. Mann, 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 Mann. So, wir werden jetzt erst mal ein paar Fähigkeitspunkte vergeben. Wir haben ja noch sechs Stück. Schauen wir mal. Gesundheit. Fernkampf. Ne, die haben wir schon. Okay. Zurücksetzen, zurücksetzen, zurücksetzen. Hier, Fernkampf. Gesundheit. Leichter Angriffsschaden. Ob wir da hinkommen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Bis hier. Nein. Nein. Ich wollte doch den haben. Ah. Er ist ja nicht wahr. Na gut. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn da? Reserker Kapuze. Magister Rabenklon. Die können wir verbessern. Na, dann machen wir das doch mal. Okay. Nochmal verbessern. Was brauchen wir denn zu verbessern? Okay. Verbessert ist verbessert, nicht wahr? Jetzt das. Rabenklon, Rüstung. Ah. Feuerwiderstand, ja. Das ist die Jägerrüstung. Berserker. Skadis Zorn. Der auch verbessert. Das können wir nicht mehr verbessern. Der ist schon komplett durch. Das hier verbessern. Mehr Pfeile. Hier ist nichts zu verbessern. Berserker Helm. Das macht ja nichts. Komm, den auch. Das Ding auch. Das Schild auch. Ich benutze es zwar sehr selten, aber... Wird ja schon nicht schaden. So, hier ist nichts. Hier noch... Hier noch... Nö. Inventar. Ja. Ja, ist doch gut. Ach so. Ah ne, lass mal. Ich finde den schon besser. Hm. Das sieht so Panne aus. Nein. Wir machen so. So, was haben wir an Quests? Hochzeitshörner. Ja, da werden wir dann mal hingehen. Was, 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 was? Oh, schön. Ja, nun? Will der mir erzählen, wie das hier funktioniert, oder was? Als würde ich das erste Mal spielen. Nein, komm. Warte mal. Warum leuchtet das denn immer noch? Ach so, ja. Da haben wir noch welche. Der Rabe und der Kuckuck. Zum Treffpunkt der Sachsen in... Kantebüchschir gelangen. Ei, ei, ei. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden. Definitiv. Borden. Hier haben wir noch ein paar. Der ist tot. Das lassen wir auch offen. Und das auch. Da habe ich keinen Bock zu. So, ab auf die Karte. Und dann machen wir mal Schnellreise dahin. Oh, ist ja nicht so weit. Trotz, ich habe keinen Bock hinzulatschen. So, mal gucken, ob wir gleich... Die Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Ja, sehr schön. Wie ist denn das hier? Ach so. Ach so. Ach, wie schön. Überall Blümchen. Das ist so richtig was für einen harten Wikinger. Ja, meine Freunde. Aber, ich würde an dieser Stelle die Folge beenden. Möchte euch gerne alles Gute wünschen. Genießt alles, was ihr habt. Und schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir ganz romantisch Hochzeiten gehen. Bis denn, meine Freunde. Macht's gut. 응. Die Wolfsgeberry.